Hallo Leute! Willkommen bei einem neuen Zusammenbau. Ich hoffe ihr habt Lust. Ich zeige euch gleich mal das Schmuckstück. Es ist nämlich von Disney 100 die Kamera. Die Hommage an Walt Disney. Und ich dachte mir, ich leiste mir das noch mal zum Geburtstag. Wollte ich zwar nicht. Ich wollte noch ein bisschen warten, aber wie das immer so ist. Aber ich denke, wir kriegen das gut hin. Ich bin sehr gespannt darauf. Und dann gucken wir mal, wie wir denn hier überhaupt rankommen. Ah, ok. Jetzt holen wir das gute Messer hier aus. Schleiden wir in die Seiten. So, das müsste reichen. Ja, das sieht aus. Jetzt wird es reichen. Das sägern wir und packen es weg. Und dann gucken wir mal, wie wir da rankommen. Hätten auf eine Seite gerecht. Gut. Dann nehmen wir das mal raus. Entschuldigung, ich muss das knistern. Oh. Ist auch noch extra eingepackt. Ok, das wird wahrscheinlich dann die Gebrauchstabweisung gleich sein. Und leer sie. Ok. Ich vermute mal, dass hier in dem kleinen Kartonchen die Filmrolle drin sein wird. Also lassen sie sie komplett außen vor. Die brauchen wir ganz zum Schluss. Also. Machen wir doch das mal auf. Ist sehr interessant, dass das nochmal eingepackt ist. Das habe ich bisher auch noch nie erlebt. Aber schon drüber. Ach, das nervt auch immer. Es ist egal, was ich aufmache. Es ist ein Brief, es ist ein Karton. Das passiert jedes Mal. So. Das machen wir weg. Na ja, hier sieht man es nochmal. Ich bin sehr gespannt. Es hat nicht viele Teile. Ich glaube es waren... Ah, hier stehen 811 Stück. Also. Oh, das wird interessant. Ok. We're creating the magic. What? Camera imagination. Scheint, dass sie das nicht nochmal auf Deutsch übersetzt haben. Ich hoffe ihr könnt das sehen. Oder lesen. Oder wie auch immer. Huch. Also. Ich hoffe natürlich, dass ihr es lesen könnt. Film that's Movers. 1928. Steamboat Willie. Oh, das sind die... Ihr seht es ja. Dann 1937. Snow White. 1940 Pinocchio. 1940 nochmal Phantasia. Das habe ich lange nicht mehr gesehen. Muss ich mal nachholen. Dann natürlich 1941 Dumbo. 1942 Bambi. 1950 Cinderella. 1951 auch noch Alice in Wunderland. 1950 Sleeping Beauty. Ähm. Dann kommt. 1963. Ähm. The Stone. Äh, The Sword and the Stone. Dann kommt 67. Das Dschungelbuch. 73. Kommt dann Robin Hood. Da unten in der Ecke ist. 1977. Bernad und Bianca. Dann 1989. Ariel. Die Meerjungfrau. 1990. Die Schöne und das Biest. 1994. Der Kirch der Löwen. 1998. Mulan. Dann 2009. Küsst den Frosch. Äh. 2013 natürlich Frozen. Klar. Die Altkönigin. Und 2021. Ein Kanto. Okay. Das ist sehr interessant. Okay. Hier sind nochmal die Designer. Also. Camille Fausten-Cording. Graphic Designer. Und West Talbot Design Master. Okay. Okay. Dann legen wir mal los. Oha. Na das wird heiter. Das kann heiter werden. Okay. Dann probieren wir erstmal. den ganzen. Dings mal ein bisschen beiseite zu legen. Wir möchten ein bisschen mehr Platz haben. Ähm. Schön den sein. Äh. Okay. Ach so. Da haben sie jetzt nicht drin. Angefangen wird natürlich mit Tüte 1. Allgemein oft, Padme zweiter. Ganz im Mühle erstmal auf dem Fußbogen schmeißen. Pest, lieber Lim. Wort verliert seinen Kopf. So. Die erste Tüte ist leer. Die Figuren, wie ihr wisst, werden von mir erst im Schluss genommen gebaut. Und hier auch ganz wichtig Wieder den Rest. für mich ist es so wenn ich sachen zusammenbau finde ich es schön dass ich die figuren erst dann wie ihr das sehen könnt hier wie gesagt mit den figuren finde ich das sehr interessant wenn man das halt auch erst nach dem ganzen halt auch beendet dann fangen wir mal an ich mache das nicht mal zu dick so jetzt kommen wir um 2,4,6,8 Die lange Seite oder die kurze Seite? Die beiden noch. Okay. 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 So sieht das schon mal aus. Okay. Okay. So. 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 Dann brauchen wir den Grauen. Der ist eben auch noch. So. Jetzt komme ich schon schleudern wahrscheinlich hundertprozentig. Jetzt komme ich hundertprozentig jetzt schleudern. Okay. Jetzt brauche ich doch die Tüte. Okay. So. Guck mal. Oh, ich habe meine Haare bekommen. So. Dann kommt zuerst ein schwarzes Dreieck. Dann kommt ein weißes Dreieck. Dann kommt ein schwarzes Dreieck. Dann kommt der schwarze. Dann kommt der schwarze. So sieht es aus. Dann die Größen, zwei von den drei bleiben wir um und brauchen ein zweier davon. Ich habe da oben noch einen gesehen. Ich habe irgendwann mit den zweier gesehen. Und dann das gleiche Spiel nochmal in vorn. Umdrehen. So unten mit schwarzen. Dann kommt der ganz weiße. Dann kommt der ganz weiße. Dann kommt unten weiß. Äh, dann schwarz. Genau. Ja. Ich glaube, ich ahne, worauf ich mache. So, dann haben wir den schwarzen. Da kommt wieder der schwarze. Dann kommt der nächste weiße. Da kommt auch der weiße. So. Na. Er hat es auch erkannt. So. Ich lasse es mal lieber so rumdrehen. So. Jetzt kommt natürlich noch die... Was ist der falsche? So. So. Dann nehmen wir die Runden mit dem einzelnen Nupsel obendrauf. So. 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 Soll ich alles an der Richtigkeit haben, nicht wahr? Das ist der Große, den Großen brauche ich nicht, den Kleinen, da ist der Kleine. Ich hoffe es wird richtig gut. So, drehen wir auf den Kram mal. Und den zweiten. Nein, nicht so rum, so rum. So. Dann kommt der Kälbenlüssel drauf. So sieht das dann aus. Okay. So, die Oren nach Richtung. So kann man den wieder abnehmen, falls man den nicht so ankriegt, wie man sie haben möchte. So. Okay. Dann hätten wir. Ja. Oh, der ist so gut. Der ist auch so gut. Der ist auch so gut. Der ist auch so gut. So, dann geht es mit so zusammen. Da gibt es auch ja nichts ab. Haken go. So. Okay. 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 Dann probiere ich den Kram. Nämlich den. Hier. Oh. So. Warte. Warte, warte, warte. Boah. Dann haben wir ja. Hier. Warte. 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 Boah. So. Warte. Ich komme dann hierheran. So. Der andere wird jetzt auch gemacht. Dann sieht das ungefähr so aus, die erste Mini Gabelstappe. Das nächste Fenster, das ist das Häuschen, auf einem Weg oder auf einem Zelt mit einem gelben Ziegelsteinstraße, wie man so schön sagt, das wird es wahrscheinlich sein. So, das kommt dann da hin. So, dann kommen wir vorne mal. Das ist quasi der Falteingang. Bei der gelben Ziegelsteinstraße. Ist auch richtig jung. Ist mir auch schon passiert. Also nicht bei dem, aber bei einem anderen. Dann brauchen wir die großen. Das brauche ich zweimal. Das ist der Falte. Abstandshalte, wie man so schön sagt. Auf der anderen Seite natürlich auch. Wenn der da mal reingehen würde. So. 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 ich zeig euch das gleich keine sorge dann haben wir noch einen und die großen hier und ein fücher das kommt dann so das ist einfach der Bild Bist du sicher? Eigentlich nicht, aber... Ja gut, ich bin immer noch perfekt, aber wenn die Sachen soll so, dann muss das eben so sein. Dann haben wir vier kleine. So, und ein bisschen rum. Das ist wahrscheinlich auf der anderen Seite auch. So, ja. Wenn ihr sagt, das ist richtig, dann ist das richtig gut. Ich enthalte mich daran. So, das ist dann auch schon fast fertig. Okay. Es kommt auch die kleinen Seite. Okay. 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 Dann kriegt ein Graum. So, da kriegt dann das da. Und das da kommt dann so drauf. Okay. So, da kann man die kleinen drehen. Ja. 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 Wie wenig. Na komm. Küche. So, gehen wir jetzt noch hin. So. Dann noch der Mütze mit den zwei. So. Dann kommt das. Und das. Und das. Fertig, gehen. Ach das ist ja auch immer so eigentlich davon. Ja, die lüge. So. die beiden alles klar das sind schon mal die ersten einzelnen teile die man behalten kann das erste teil ist fertig ich zeige euch das mal ich hoffe ihr könnt das erkennen aber irgendwie das ist halt so angezeigt also ich kann nichts dafür ganz ehrlich ich hab das gefühl das ist verkehrt rum ganz komisch naja jedenfalls quasi sieht er jetzt das ganze bild ich weiß nicht ob ihr das gerade richtig seht ob ich es richtig halte natürlich sind die drei jetzt zusammen ergeben ein bild so wurde das damals gemacht es wurde eine folie gemacht dann wurde die nächste folie drüber gelegt und dann noch eine also das kann man sehr gut erkennen und natürlich die kamera ich halte das mal anders hier ist die kamera die das dann einfängt von oben hier das gehört eigentlich so nach unten ich dachte ich zeige euch mal schnell noch das bild natürlich kann es auch so halten richtig cool gemacht aber das wird sehr interessant ich packe das mal beiseite ich habe das gefühl andersrum aber ihr seht es also wenn du guckst die kappe ist halt oben und dann lassen wir es erstmal hier stehen und machen mit der zweiten tüte weiter auch vorher muss ich noch schluck trinken draußen sind 30 grad viel trinken ist natürlich wichtig so wie gesagt das kommt ja alles später die auch später sich irgendwie so ein bisschen bewegen jetzt dann haben wir den wurfstern natürlich ist es kein wurfstern aber ihr wisst natürlich was gemeint aber wenn ich mir das so angucke das sind ganz schön viele teile eigentlich obwohl es nur 800 stück sind oder 811 das tüchchen machen wir natürlich auch schon auf brauchen wir schon ein paar teilen davon das ist auch noch das falsche ich möchte von gesprungen ich möchte von gesprungen Aber drin tut sie es noch nicht. So, dann kriege ich die Kleinen. Halt richtig voll. Halt, Emil. Habe ich nicht, hab ich brauche nicht. Oh, ich brauche noch. So, ich will den. Vielleicht gepikst. Jetzt kommen die Weißen zum Einsatz. Es ist immer so ein kraftiges Ding. So. Ja, so soll die aussehen. Ich komme hier oben drauf. So. 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 So sieht es aus. So. 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 sieht es aus. so. 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 hängig. so. 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 Susann. es liegt bei am 4 ec. so. 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 na ja. ich kann mich lieber sagt ich jetzt mal an die zeichnung. nicht das irgendwie das irgendwie nicht möglich ist. Mal kurz gucken. Wo waren das? Das funktioniert jetzt nicht. Nun gut, jetzt weiß ich wieder, warum es an der Zeitung halb so ist. Es hat keiner was gesagt und keiner was gesehen. So. 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 Oh, ich will das so machen. So, passt das über einen? Ich hätte das richtige Kenne. Wenn es da mal passen würde. Nein, passt das nicht. So. Okay. Autsch. Das ist ja nur das kleinste Problem. Das ist ja nur das kleinste Problem. So. Die kleinen grünen Nüsse. Auf die Außen. Sitzen dann grauen. Na gut. Ich halte mich da voller ruhig. Dann kommen die Helden. Mit dem Gewinn, soll ich jetzt mal. In die Mitte. So. So soll es aussehen. Na ja, gut. Na ja, gut. Hier kommt der Nassau. So ist es gut. So. So. So funktioniert das jetzt nicht. Das habe ich mir gar nicht gemacht. Schön. Geht doch da rein. Geht doch da rein. Autsch. Wie ist das noch dran? So. Dann haben wir die gelben Dinger. So. 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 Dann geht es auch drauf. So. 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 also bewegen ist da nicht die stimme aber beiseite die 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 ähm so so ok dann noch ein roter rein das teil das indy grau quasi kriegt ein schwarzen das kommt dann daran der zeit gehabt hier noch schwarzen jetzt ist er hier warum der kommt hier ran das ist ein anderes zartes teil Das habe ich auch noch nie gesehen, ne? Wer kommt denn hier ran? So sieht es bisher aus. Man kann es bewegen, klar. Das sind ja Gelenke. Ungefähr so soll es sein. So sieht es aus. So. So. Dann habe ich den hier. Der ist von da ran. Gut, dann machen wir den da ran. Dann machen wir den da ran. Dann machen wir den da ran. ein bisschen mit gewalt ja passt dann noch ein ich komme hier schwarzen Da kommt er auf. Ah, komischerweise guckt der andere gar nicht raus, ob er das nicht so hat. Das machen sie nicht. Ich bin hier gerade ein bisschen zu schubsen. Wird sie nicht mehr aus? Und ich kann die Karte nicht mehr aus. Ich habe das nicht mehr aus. Ich würde nicht mehr aus, was ich mir etwas nicht mehr aus. So, ich habe keine Karte. Wir müssen nicht mehr aus. Schwierig ist es, den ganzen Kram rauszukriegen, aber ich habe noch einen längeren mehr. Ich habe nur den. Ich habe nur den Kram rauszukriegen. Was hast du? Keine Komplikation, was? Probieren wir es erstmal, ich weiß wahrscheinlich, dass es nicht funktioniert, aber gucken wir mal. So, der müsste jetzt hier wirklich starten, passt aber nicht. Entweder fehlt da einer? Oder? Hm. Muss ja da auch an, aber... Das Problem ist, wenn ich jetzt alles auseinander nehme, dass es wieder vorne und hinten ist. Ich kenne mich doch. Irgendwie immer so bei mir. Okay, ich lasse dich erstmal hier ganz kurz stehen. So. Okay. Ich sehe nicht so. So. Dann den. Ein bisschen grauer. Äh, sozusagen schwarzer. So. 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 Dann kommst du da. Okay. Dann haben wir noch mehr von denen. So, jetzt ist es zwar da nicht fest, aber es geht nicht auf Anderschaft. Ja, es hält zumindest. Es hält zumindest eine Pflichtbombe. So, du musst nicht wieder, so. 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 Ja, das ist ja so. Na, du bist doch dran. Keine Lust, oder? So. Oh, Jesus, okay. Das hat natürlich alles in Richtigkeit, also muss ich es wieder ausdrücken. Ja. So. 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 Nick. So. Er ist so jemand. Das war's. Wie ich wünsche ihm. 侠engroh. Moment. Das ist der Fallschirm. Das ist der Fallschirm. Jetzt passt es besser. Okay. Jetzt haben wir die großen hier. Die kleinen. Die kleinen. Das ist der Fallschirm. 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 Das bleibt einfach so. Ich mache eine kurze Pause. Und dann sehen wir uns später wieder. Oder beim nächsten Kapitel. Schauen wir mal. Einfach mal. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.